ok sonst noch was nein gibt es hier noch irgendwas da gibt es noch was schimmelkäse wer von euch ist denn gerne schimmelkäse ich nicht da aber können wir leider nichts machen absolut nichts schade eigentlich nach links oder rechts nein gut dann versuchen wir jetzt da weiter zu gehen nein ok dann wieder raus aus dieser welt jetzt haben wir eine diskette und wissen nicht wo wir sie wo sie hinkommt hingehört ok whisper in the world darkness up from the depths Keine Ahnung, was das heißt. Ich glaube, es war der Mann, der das gesagt hat. Hier kommen wir immer noch nicht weiter. Auch hier nicht. Hier ist auch niemand mehr. Woher kommen wir denn jetzt vielleicht hier raus? Da war es doch gerade. Bin ich? Da warn es doch, we sind bereit. Tod war uns die Bevor die Gaping Door Und stoll in die Room Once more As frightened Children's Steal Wie though we hunted High and low And hunted everywhere Of the three Men's Fate We found no Trace Of any Kind In any Place But a door ajar And an untouched Meal And an over toppled Chair We seemed to stand For an endless while Though still no Word was said Three Men alive Fetch Rock Sind wir jetzt offensichtlich Sind wir jetzt beim Leuchtturm Ich speichere mal Speichern Hier, jetzt Ja, ersetzen Okay, ein wunderschöner Mond Muss ich sagen Da würde es geradeaus Weitergehen Wir könnten uns aber auch Umdrehen Hier gäbe es Absolut gar nichts Da könnten wir uns Was anschauen Machen wir doch glatt mal Oh, mehr geht nicht Nee, mehr geht nicht Wir können uns auch Nirgendwo Hindrehen Da könnten wir auch Weiter geradeaus Okay, wo kommen wir da hin? Da kommen wir wieder zurück Und hier können wir nur einfach hier weiter Was haben wir hier? Gar nichts So wie es aussieht Auch wieder der Mond Da könnten wir weiter Gehen wir doch mal hier weiter Jetzt könnten wir hier auch weiter Da könnten wir wieder zurück Hier ist nichts Gehen wir hier weiter Da ist eine Treppe Da sind wir hergekommen Da könnten wir auch weiter Kann es sein, dass wir hier Zum Schiff zurückkommen Genau Was war das? Hier ist die Treppe Da kommen wir wieder runter Und hier weiter nach oben Okay Da kommen wir wieder zurück Dann halt Nach oben Was haben wir hier? Nichts Da kommen wir wieder zurück Kommen wir doch, oder? Ja, hier Tja, dann nach oben Hier könnten wir Da weiter Ah, hier ist wieder der schöne Mond Dann Hier ist was Ah ja, okay Da kann ich mir das halt anschauen Okay Beides offensichtlich Sowohl der Weg geradeaus Als auch diese Lupe Führen Auf denselben Weg Bloß ich, dass ich dann halt Nach unten schauen kann Da ist der Leuchtturm Okay Gehen wir weiter Da geht es noch weiter Keine Ahnung Hier sehen wir nichts mehr Außer Meer Da ist Da sind wir wieder den Mond Ich habe keine Ahnung Was er gesagt hat Aber es hörte sich eh nicht an Wie beim ersten Teil Okay Könnten wir Jetzt gibt es zwei Wege weiter Und einen zurück Hier ist gar nichts Gehen wir mal hier weiter Ist auch nichts Da könnten wir wieder zurück Und hier Gibt es sonst was? Da ist eine Leiter nach unten Oder kann ich leider nichts machen Fetch Rock Additional Emergency Lighting Installed by Airbarrow In Zeus 1909 Fetch Rock Zusätzliche Notfall Zusätzliches Notfalllicht Installiert Von Airbarrow Und Sons Und Söhne 1909 Habe ich jetzt das Licht Angeschalten? Ich glaube schon Ja Jetzt ist da plötzlich Das Licht an Äh Noch eins Oder? Aber da ist es immer noch Aus Hier wird es auch noch Als Aus angezeigt Aber hier ist es wieder an Hier sehen wir wieder den tollen Mond Okay Dann gehen wir doch mal rein Das sind Kabel Das hier aussieht aus wie eine Axt Mistkabel Schaufel Fässer Leere Wand Tür nach draußen Hier wird es weiter gehen Da liegt ein Schlüssel Und so weiter Okay Das ist jetzt die Axt Und wieder Ein Kabel Oder vielleicht auch Schlauch Irgendwie sowas Jetzt geht's Hallo Ich würde den Schlüssel gerne mitnehmen 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 Toll Also wir wissen Da ist ein Schlüssel Und wir können ihn nicht benutzen Wow Habt ihr den Schattenkart gesehen? Okay Das scheint ein Generator zu sein Ist auch nichts Da würde es weiter gehen Da wieder zurück Und hier haben wir den Generator Kann das Ich weiß jetzt nicht Ob das eine Bar-Anzeige ist Oder Grad Und deshalb die Bar- oder Grad-Anzeige Dieser kann man ja sowieso nicht lesen Aber es sieht aus Als wäre das Äh 65 Bar- oder Grad Keine Ahnung Da könnte ich dahinter gehen Oder hier Gehen wir doch mal dahinter Und jetzt Da könnte ich auch nochmal weiter Hier könnte ich wieder zurück Okay Okay Ist 60 65 Immer noch Okay Ich hoffe Das bringt auch mal was Ne Nicht wirklich Naja Wir können da ja mal nachschauen Irgendwann mal Äh Jetzt erstmal noch nicht Wir können jetzt hier weiter Oder da weiter Ich will hier rein Okay Ist jemand da Ist jemand da Bitte hilf uns Prime Boiler Prime Boiler Primär Boiler Middle Right Left Ha Mitte Rechts Links Activate Tabs Mittel Bottom Top Top Okay 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 Moment mal Das schreibe ich mir eben kurz auf Hab hier mein Blatt Ähm Boiler Boiler ist Mitte 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 Rechts Links Und Activate Tabs Tabs Sind Mitte Unten Oben Okay Kommt noch was Offensichtlich nicht nur dieses Geräusch Es wäre das hier bestimmt Mitte Unten Oben War es Oder Ja Und hier war es Mitte Rechts Links Hat aber nichts geändert Aber es war die richtige Kombination Mitte Rechts Und links Nochmal Mitte Rechts Links Hat nichts geändert Hm Und hier Das hier Das hier Und das hier Oh Ich hab erst Den Boiler machen müssen Und dann das Teil Ah Interessant Jetzt haben wir Oh nö Sag nicht Jetzt sind wir schon wieder draußen Ich kann nichts machen Ist da jetzt gerade jemand gekommen Oder Dass wir in dieser Sicht waren Ich hoffe Ich hoffe Dass wir nicht Keinen Gegner haben Der uns tütten kann Oder so Von dem wir uns verstecken müssen Okay Hier ist schon mal nichts Hier scheint ebenfalls nichts zu sein Da könnten wir wieder zurück Und hier ist jetzt Wir können einmal da lang Einmal da rein Und hier ist sonst gar nichts Da können wir noch rumschauen Aber das bringt uns auch nichts Wisst ihr was ich will mal speichern Okay Gehen wir da lang Jetzt können wir da rumschauen Hier haben wir ein paar Kerzenstände Und eine Vase Da haben wir gleich mit gar nichts Da können wir nach oben schauen Aber hier haben wir auch nichts Hier haben wir ein paar Metallbügel drin Und hier wieder nichts Und hier unten ist ebenfalls nichts Nur ein paar Gerümpel und Zeug Okay Da könnten wir wieder zurück Ich komme hier auch nicht runter Schade Gehen wir hoch Wofür ist das gut Dass wir das machen können Und dann Können wir es doch nicht ins Inventar nehmen Komisch Da hat jemand die Tür eingeschlagen Okay Jetzt sind wir glaube ich im Leuchtturm selbst Davor war der Eingang Die Hütte davor Generatorraum und so weiter Okay All assure ich Okay Aus Angelegen Die Ein Der